Wir sind hier gerade im Frankfurter Flughafen, in der Musalla, wo man beten kann. Und ich wollte hier auf etwas aufmerksam machen, was leider viele Muslime falsch machen. Es gibt einige Muslime, die denken, sie könnten abends alle Gebete zusammen beten. Aber wenn man ein Gebet absichtlich nicht in der Gebetszeit betet, dann hat man eine Sünde begangen. Und deswegen ist das falsch zu denken, man könnte einfach so, es wäre erlaubt für jemanden, einfach den ganzen Tag nicht zu beten und abends die Gebete zusammen zu beten. Und Allah sagt im Koran, Das Gebet ist zu bestimmten Zeiten festgeschrieben und wir wissen, wir haben fünf Gebete am Tag. Nicht einmal fünf Gebete, sondern so fünf verschiedene Zeiten. Es gibt bestimmte Gründe, warum man die zusammen beten kann. Das heißt, das Asr-Gebet und das Maghrib und das Isha-Gebet in einem der beiden Zeiten zusammen beten. Wie zum Beispiel auf der Reise, Krankheit etc., Angst, wo es bestimmte Gründe gibt, wo man die zusammen beten kann. Aber im Allgemeinen ist das nicht der Fall. Das heißt, man muss zumindest diese Gebete, selbst das Adornas Asr-Gebet, das Maghrib und das Isha-Gebet in einer der beiden Zeiten beten. Und hier ist, jeder kann sich einen Gebetplan herunterladen und es gibt überall zu finden. Ihr könnt uns auch anschreiben, wir können den für eure Stadt geben, wo ihr wohnt. Ihr könnt euch das angucken, es gibt verschiedene Apps, die ihr euch angucken könnt, wo ihr seht, wann die Gebetzeit bei euch ist. Beziehungsweise selbst wenn ihr auf der Reise seid, seht ihr dann, wo in dem Ort, wo ihr seid, wann die Gebetzeit ist. Und Gebetzeit heißt im Islam nicht, aha, um 13.30 Uhr ist die Gebetzeit gekommen, dann musst du auch um 13.30 Uhr beten. Und wenn du um 13.45 Uhr betest, hast du es schon verpasst. Nein, das ist eine Gebetsspanne. Zum Beispiel, das Morgensgebet fängt an vom Morgengrauen bis zum Aufgang der Sonne. Das ist das Morgengebet, nicht wenn man aufsteht, sondern vom Morgengrauen bis zum Aufgang der Sonne. Das ist diese Gebetsspanne, circa anderthalb Stunden. Das Mittagsgebet ist vom Wurgebet bis zum Asergebet. Dann haben wir das Asergebet, was man eigentlich vor dem Maghretgebet, ziemlich weit vor dem Maghretgebet schon beten sollte. Aber da ist auch auf jeden Fall eine Spannweite drin. Das heißt, bis es richtig gelb wird, bis dahin sollte man das Gebet schon gebetet haben, das Asergebet. Dann das Maghretgebet ist, bis das Rote von der Sonne völlig weg ist. Und das Nachtgebet ist bis zur Mitte der Nacht. Das heißt, nicht bis zum Fejahgebet, sondern bis zur Mitte der Nacht. Und das kann man ausrechnen. Die Nacht beginnt im islamischen Sinne mit dem Maghret, mit dem Abendgebet, wenn die Sonne untergegangen ist. Und hört auf mit dem Morgengrauen. Dann rechnet sich einfach diese Zeit aus, durch zwei, und addiert dich auf das Maghretgebet. Und dann siehst du genau, wann das ist. Das ist ungefähr in Deutschland zwischen, in der Winterzeit zwischen 23.30 bis 23.55 und in der Sommerzeit zwischen 0.30 bis 0.50. Bis dahin geht das Öscher, also das Nachtgebet. Deswegen haltet daran fest. Und übrigens, das ist eine schöne Sache, dass man solche Gebetsräume hier in Deutschland hat. Und da kann man auch mal Deutschland loben, weil wir kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt. Aber wenn es was Gutes gibt, dann geben wir das auch zu. Denn wir müssen als Muslime immer gerecht sein und differenziert sein. Und deswegen wollten wir uns bei allen bedanken, sowohl hier beim Frankfurter Flughafen als auch in anderen Stellen in Deutschland, wo es solche Möglichkeiten gibt, wo man sich kurz zurückziehen kann und beten kann. Wenn man allerdings nicht solche Räumlichkeiten hat für die Muslime, dann muss man eben draußen auf der Straße beten. Und auch Frauen dürfen das, übrigens in solchen Situationen, weil manche denken, die Frau dürfe im Gebet nicht gesehen werden. Das stimmt nicht. Sondern es ist natürlich nicht erwünscht, dass das so ist. Aber wenn es keine Möglichkeit gibt zu beten, außer draußen auf der Straße, dann muss sie eben irgendwo draußen auf der Straße beten. Und gedrecklich ist ein Ort nicht, weil da Staub ist. Denn früher haben die zur Zeit des Propheten den Matsch gebetet. Sondern direkt ist dort, wo eine Nergersa ist, wo sie klar zu sehen ist. Als man gesehen hat, da hat eben der Hund uriniert. Das Schwein uriniert. Und nicht, ach ja, da könnte es sein, vielleicht ist irgendjemand mit den Schuhen der Durchgang. Ja, vielleicht hat es auch danach geregnet. Das ist kein Nergersa. Nergersa ist, wenn ich ganz klar sehe, da ist etwas. Nicht weil da Staub ist oder Dreck ist oder könnte ja sein oder was weiß ich. Das ist keine Nergersa. Das macht es euch nicht schwer. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, für manche ist die Gebetswaschung zu schwierig. Es gibt auch die Möglichkeit, über die Schuhe, über die Strümpfe drüber Messer zu machen. Einige Gelehrte erlauben das über die Strümpfe. Einige sagen, nein, das muss über Ledersocken sein und so weiter. Wie gesagt, da gibt es Details, da kann man näher drauf eingehen. Aber, wenn man schon gar nicht betet aus diesem Hintergrund, dann sollte man sich lieber die Erleichterung nehmen von den Gelehrten, die sagen, über Strümpfe kann man das auch machen. Das ist auch eine starke Meinung, die unter anderem von Immunothemia vertreten wird. Egal, ob in den Strümpfengöscher sind oder ob sie dünn oder dick sind. Das heißt, alles, was eine Fußbedeckung ist, die über die Knöschel geht, kann man Messer drüber machen. Das heißt, anstatt die Füße zu waschen, wenn man die Füße gewaschen hat und danach die Strümpfe angezogen hat und sie nicht wieder ausgezogen hat, und man verliert jetzt Boudou, dann streicht man einfach so, auf diese Art und Weise, die beiden Hände über die Socken. Man kann auch erst die eine Seite, dann die andere Seite machen, aber normalerweise funktioniert die über die Weide. Wie gesagt, es gibt einige, die erlauben das nur über Ledersocken, wo keine Löcher drin sind. Es gibt andere, die da weitergehen, die sagen, diese Bedingung wird nicht in der Sunna, wird nicht im Koran gestellt. Messer kann man auch auf diese Art und Weise machen. Ich sage, in solchen Situationen, wo du einen schwachen Iman hast, nimm die Erleichterung von den Gelehrten, damit du wenigstens anfängst und lass es dir nicht schwer machen. Dann noch ein anderer Fehler, den viele machen. Sie kommen in die Moschee rein und dann erzählen sie ihnen, ihr müsst auch die Sunna-Gebete beten. Sunna bedeutet, es ist erwünscht. Wenn du es nicht machst, hast du keine Sünde. Und dann werden ihnen pro Tag so viele Sunna-Gebete auferlegt und sie haben sowieso noch einen schwachen Iman. Das schaffen sie es gar nicht und dann hören sie nach zwei, drei Tagen wieder auf und beten gar nicht mehr. Das fang erst mal. Wenn du die Sunna-Gebete schaffst, ist es natürlich schön, wenn du es machst. Aber wenn du es nicht schaffst, dann lass die Sunna-Gebete, die nicht die Pflichtgebete verderben. Dann bete zumindest die Pflichtgebete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.